Hallo, schönen Tag. Mein Name ist Ali. Ich komme aus dem Iran. Vielleicht vier Jahre ich bin da und jetzt arbeite ich beim BDT Firma Schweizer. Ali hat seine Tests bei uns, einmal die Probearbeiten und dann natürlich hier bei MySkills speziell im Schweißen von Bauteilen und Baugruppen hervorragend abgeschnitten. Das hat uns ausgereicht, weil speziell diese Fertigungsmöglichkeiten suchen wir und brauchen die auch. Das war's für heute. Das war's für heute.